Willkommen im GZ Wollishofen. Alle im Video genannten Inhalte sind Bestandteil des Mietvertrags und können bei Nicht-Einhaltung zu Mehrkosten führen, welche gemäß Vertrag in Rechnung gestellt werden. Also gut aufpassen. Orientierung im Raum. Mit dem grünen Batch am Schlüsselbund kommst du ins Hauptgebäude. Mit dem Schlüssel des Saal 60 kannst du die Türe zum Saal öffnen. Lichtschalter und Steckdosen. Die Steckdosen befinden sich unten auf dem Boden sowie bei der Lichtanlage. Notausgänge. Alle Notausgänge müssen frei bleiben. Es dürfen keine Tische oder Stühle davor gestellt werden. Musik. Musik kann via Sonosboxen abgespielt werden. Verbinde dich dafür mit dem WLAN und wähle auf deiner Streaming-Plattform die entsprechenden Boxen aus. Musik ist nur in den Innenräumen gestattet. Der Außenraum darf nicht beschallt werden. In der Stadt Zürich muss die Musik ab 22 Uhr auf Zimmerlautstärke gedrosselt werden. Mobiliar. Im Nebenraum des Saals befinden sich zehn Tische, 60 Stühle, ein Kühlschrank, ein Geschirrschrank und ein Reinigungsbesen. Grill. Gerne kannst du unseren Kohlegrill bei Bedarf dazu mieten. Der Grill ist in der Ecke der Veranda fest angebracht und darf nicht verschoben werden. Bitte Acht geben wegen der Decke. Holzkohle musst du selber mitbringen. Veranda und Außenraum. Die Veranda darfst du vom Saaleingang bis zum Treppenende mitnutzen und Tische, Stühle oder andere Gegenstände aufstellen. Der Asphaltbereich vor der Veranda, respektiv alles ab Treppe ist öffentlicher Raum und gehört nicht zur Raummiete. Du darfst hier also nichts bestuhlen oder mit anderen Gegenständen wie Tische und Zelte besetzen. Die Bänke auf dem Vorplatz sind ebenfalls öffentlich und dürfen nicht genutzt werden. Ein- und Ausladen von Material und Parkverbot. Mit dem Pollerschlüssel kannst du für maximal eine Stunde vor das GZ-Areal fahren und dein Material ein- und ausladen. Drücke dazu auf den Knopf. Der Poller fährt für drei Minuten nach unten und danach automatisch wieder nach oben. Auf dem GZ-Areal ist parkieren verboten. Parkplätze findest du im Quartier. Toiletten Im Untergeschoss des Hauptgebäudes befinden sich die Toiletten, die Geschirrspülmaschine und der einzige Zugang zu Wasser. Diese Räumlichkeiten werden mit anderen MieterInnen geteilt, die zur gleichen Zeit im Haus sein können. Selbst mitnehmen Utensilien wie Flaschenöffner, Aschenbecher, Verlängerungskabel, Schneidebretter, Messer, Karaffen, Dekomaterial oder sonstige Wünsche musst du selbst mitbringen. Verunreinigung des Vormieters Bei ungenügender Reinigung des Vormieters mach bitte ein Foto und schicke es an die Mailadresse des GZ-Sekretariats. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß im GZ Wollishofen.